moin moin herzlich willkommen zu einem weiteren pack opening auf meinem kanal und ihr seht es im hintergrund es gibt immer wieder team of the season spieler und nicht nur league spieler sondern auch aus einer anderen liga ihr wisst es ist wahrscheinlich schon nämlich gibt es auch noch die italienischen serie a team of the season spieler und ihr wisst wahrscheinlich auch dass jetzt freitag ist oder heute und dass diese spieler es gar nicht mehr gibt es ist nämlich heute bei mir mittwoch und dann habe ich mir überlegt ach zu diesem team of the season hast du noch nix gemacht hast noch kein pack opening veranstaltet und deswegen gibt es heute ein ganz großes groß können jetzt sagen 2200 fifa points werde ich heute ja ausgeben und ich muss noch was zeigen es gibt auch die team spieler des tages auch richtig geile spieler da kann man sich auch wieder was ziehen das ist ja richtig stark was da ist alles gibt was man ziehen kann deswegen ich wollte eigentlich warten bis das neue team of the season rauskommt also heute abend um 19 uhr kommt ja immer das neue aber ich habe mich dann entschieden hierfür die ganze tiefe points auszugeben und ich fange auch gleich an wir ziehen 15 kpx halt mit fifa points und mal schauen wer im ersten pack drin ist man ich will einmal ein team of the season ziel ist ja es wäre einfach nur cool ist hier so hart im ersten mann naja ja wir haben ja noch paar packs vor uns aber also spieleanzahl passt schon mal da kann man sie jetzt nicht beschweren oder so aber ich hätte mal so gern ja mal so eine blaue karte oder vielleicht noch besser eine orange karte was dabei sind wenn man da was ich überhaupt nicht braucht trippling vielleicht kauft ja jemand von münzen immer wieder gern open trikots in den verein damit so heute also für euch am mittwoch ist ja eine neue serie herausgekommen nämlich slavos abschied die hat es euch gefallen würden gerne mal interessieren german dv und nur ein real player man auf jeden fall wie hat es euch gefallen würden wir interessieren weil sie mir sehr spaß gemacht hat die rose glory wer es noch nicht gesehen hat schaut mal hin es lohnt sich vier verträge junge das ist unmöglich es ist doch es gibt so nicht es gibt so nicht leute vier seltene verträge ich möchte mich verarschen mein bester spieler war nun hier ist mein wertvollster spiel ich habe in form gezogen einen jahr eine info habe ich gezogen rudi gezogen balutelli gezogen zweimal benzemar beides mal nicht aufgenommen als wenn du sie in 5000er pack habe ich bin es mal gezogen stecklenburg meine fresse das ist nicht das ist nicht 204 nicht und ich habe schon nur noch 1300 siefer kreuz und dann muss da sind so viele blaue spieler laufen so viele ja und es kann nicht sein dass ich die einen ziel das kann aber nicht sein es kann einfach echt nicht sein das ist das ist einfach nur richtig nervig ich habe ich weiß was bis die folge 17 18 16 ich habe keine ahnung ich habe einfach mal raus ich bin das glück ich schaue es nicht hin ja ich schaue nicht hin bitte etwas gescheites bitte etwas gescheites war der ich manchmal irgendwo auf moment pepe und rodriguez habe ich schon habe ich gewusst das ist einfach nur scheiße alles schön hier auf die transferliste dass man möglichst viel profil rausholt ist doch unmöglich das ist unmöglich leute fifa ea das gibt es silber wenigstens silber premium silber laden sich nicht oder komm bitte eine blaue karte ich brauche diese karte ich brauche bitte 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 man komm 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 rakete richtig geiler spieler und marine beide von fc severe die können wohl nicht play of the game sein play of the day oder spieler des tages oder keine ahnung wieder auf englisch ausgesprochen ich habe mehr auf die gt oder so keine ahnung und dem platz viele platz viele wieder heißen auch gezogen wir also besten freuen er wird gestoßen der chinesische wird auch abgestoßen tor kann man wenigstens und ein jawohl ist doch ganz ok ziehen wir natürlich auch noch in der aufnahme session 7 oder fifa puls haben wir noch was machen wir jetzt dabei aus am besten also ein team office diesen jumbo premium gold erziehen wir noch und wir überspringen und ich mache die augen zu augen zu jetzt auf x müsste schon da sein bitte lass es was gescheites sein ich mache die augen auf naja marcelo marfello ist gewalt werden wir sind der wert ich wüsste wer das ganze geiler so 4000 kann ein bisschen mehr weg sind mehr kann er doch wert sein wir vier seht euch das an vier warum warum wieso tut mir das die an vier das ist doch abstehen könnten wir das hier wird schon das wäre die stück stellen aber vier mal das ist doch ich weiß nicht was dazu sagen soll ich glaube gesagt er spricht von selbst hier das text einfach nur scheiße ist drin wenn ich nur scheiße ich weiß nicht mehr naja ich ziehe da kommt jetzt keins mehr was machen wir jetzt team ersten munsters ähm gratis gold set was wir bekommen haben und überspringen ja aber ja ist klar dass nichts drin ist ähm ja wir sind zwei kämen chemistry chemist ist da jetzt im video ausgesprochen werden diese cooles trikot ja habe ich doppelt ziemlich geiles trio ja vielleicht theoretisch gleich aber alles na jetzt habe ich die fitnesskarte abgestoßen nach ist jetzt auch egal so wir haben gehe ich jetzt raus ich weiß nicht warum ich raus gehe ich ziehe das wieder unnötig in die länge so was machen wir jetzt kommt alles oder nichts augen zu und einfach nur hoffen und einfach nur hoffen ich möchte jetzt einen blauen spieler drin haben bitte bitte das kann doch nicht sein dass immer nur scheiße kommt immer die ganze zeit ihr wisst schon wer gekommen ist ich mache meine augen auf und es ist wenigstens wäre ja der player und der ist gar nicht was so schlecht ist über karte da preisvergleich was guckt euch diese werte an ins rechter verteidiger ja nur 500 wieso das kann doch nicht sein das geht doch gar nicht das geht doch gar nicht was wir skills hatten wir ok 2 ja aber auch als verteidiger naja jetzt es ist irgendwie und ist auch gleich voll hier die transfer ist alles dann in den verein naja die ganze spiele brauche ich nicht in den verein ich habe von münchen bekommen warte mal einfach das was ich brauche durch den verein da ja gleich 100 fifa pols haben wir noch das war wieder nichts wisst ihr es war nichts 0 0 wieso bitte einmal was gescheites ziehen na ich habe ich zum verein hinzugefügt es gibt soll ich wollte schnell was machen jetzt da schnell verkauft heute läuft ja gar nichts heute läuft gar nichts wisst ihr was ich jetzt einfach noch ein premium naja die mit münzen premium silber set überspringen also ja schon sexy oder 34 tempo ohne will mich troll ja die wollen mich roll heute wenn versteht das einfach nicht ich versteh das einfach nicht wer habe ich schon länger verfolgt weiß ja ich habe ich projects gescheites gezogen irgendwann muss ich doch mal was gescheites ziehen ja heute ist freitag ich wünsche euch ein schönes angenehmes wochenende wünsche ich auf euch auf jeden fall und dass ihr bessere packs zieht würde ich euch auch weil ja sowas wünscht man seinen größten feind nicht so recht das ist das ist unter aller sau so dann beende ich mal diese folge servus macht's gut und ciao